Hallo, bei dieser wunderschönen, ruhigen See. Und da ist ein Fisch geschwammt. Das habe ich ganz genau gesehen. Da. Da. Jutz, wie es das letzte Mal gesagt, das letzte Mal, wie es sich anhört. Äh, letzte Folge. Ich schaue jetzt, ob ich da vorne irgendwo Lithium finde. Weil, ja, in der letzten Folge meine Basis da hinten abgesoffen ist. Also sie steht noch, aber es ist halt voll mit Wasser. Ich schaue, ob ich irgendwo bei den... beim Rackage, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Irgendwo Lithium finde. Bitte. Gibt es irgendwo Lithium? Was ist das? Signalboje. So habe ich sie noch nicht gescannt habe. Bitte, irgendwo Lithium. Ach, stimmt. Hier war das. Ja doch, hier war ich schon. Die Mülleimer, da habe ich auch schon. Irgendwas ist hier gerade explodiert oder so. Hat sich zumindest so angehört. Da unten war es. Das sehe ich jetzt erstmal nichts. Oder? Ne. Nehme ich erstmal das Messer in die Hand, falls mich wieder so ein komisches Ding erschreckt. So ein Tiefseetaucher. Ich habe nicht keine Ahnung, wo ich Lithium finde. Finde ich alles echt richtig mies. Ich schaue einfach, wenn ich jetzt hier nichts finde. Was ist das? Salzablagerung. Ich brauche kein Salz. Ich brauche Lithium. Schrott kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Dann ist mein... Ja! Habe ich doch gesagt, dass ich brauche. Ich glaube... Ja! Ich kann mir jetzt eine Seemotte bauen. Ja! Boah, wie geil. Hoffentlich habe ich alles. Was ist das? Salz, oder? Ja, Salz. Salz. Müll. Könnte dieser Planet nicht einfach so nett sein und mir irgendwo Lithium geben? Ich schaue gleich nochmal, wo ich... Wo bis jetzt... Wie ich Lithium bekomme. Was ist das? Lithium? Energiezelle. Ugh. Er braucht sowas. Was ist das? Was ist ein Fisch? Okay. Energietransmitter. Okay. Finde ich gut. Energietransmitter. Was ist das? Brückenfragment. Habe ich die Brücke schon vom Zyklo? Ne, noch nicht ganz gut. Titan. Ich brauche doch nur Lithium. Ich brauche doch Lithium, oder? Schaue nochmal schnell nach. Ja. Eins für eine Verstärkung. Mann. Ich fühle mich voll verarscht. Was ist das? Das Quarz. Wieder Metallschrott. Überall ist Metallschrott. Da hinten ist nochmal so ein Versorgungsding. Ach, Mann. Ja. First Aid Kit. Können wir auch brauchen. Das ist nochmal so eine Versorgungskapsel. Äh. Hm. Ich bin ziemlich nah. Was passiert, wenn ich da rein... Schwimmen. Ah, okay. Dann nicht. Ich wollte schauen, ob ich da reinschwimmen kann und heldenhaft irgendwas finde. Zum Beispiel Lithium. Oder auch nicht. Hauptsache ich habe einen Energietransmitter. Und habe keine Ahnung, wofür ich den verwenden muss. Kann. Brauche. Ich sehe... Ach, da ist der Fisch. Ja. Ich habe ein Eiland gefunden. Gott, wie langsam bin ich bitte? Was ist das? Zeitkapsel. Zeitkapsel. Was? Zeitkapsel. Wie bitte, was? Was finde ich jetzt? Watch out for the birds. Was? Äh... Spricht wieder... Sandbeam... Hier. Baupläne, Ausrüstung... Nein, da ist nicht was das. Zeitkapsel. Augusto Bild. Da wird es die... ...kündige... ...schriftfotografie... Ach so. Ja, gut. Ich lese nicht alles vor. Zeitkapsel. Watch out for the birds. If you plan to visit planet, watch out for the birds. Don't know what they are, men, but I do know. Don't like it when you sit on their part. Aroxus, I do. Hier war schon mal wer. Okay. Okay. Das sind sehr nette Vögel. Ich weiß schon, mit was ich die begrüße so. Hallo Vogel, wie geht es dir? Aber vorausgesetzt, die greifen mich an, sonst würde ich es ja nie machen. Ihr kennt mich ja. Niemals. Ist das ein Skrit? Ähm, ja, das... Ähm, nein. Aber Vögel würde ich niemals angreifen. Und wie gesagt, es waren Schaufensterpuppen. Madiket. Ich will Madiket. Man, Inventarvoll. He, 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 he. Trinke ich erstmal was. Erstmal wieder kein vegetarisches Wasser trinken. Nein. Jetzt aber. Getrunken, getrunken, so. Madiket. Ich muss was essen. Kann ich eigentlich Fische roh essen? Nein, den esse ich nicht. Das ist zu süß. Komm, ja. Kann ich die roh essen? Ja, kann ich. Lebenszeichen stabilisieren sich. Wow. Ich verrecke nicht. Mann, warum sind die überall diese süßen Dinger? Ich will die nicht essen. Kann ich diese Dinger ja nicht jagen? Ich probiere es mal aus. Aber nur aus Interesse und weil ich Hunger habe. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hier. Kann ich, kann ich, kann ich nicht? Da, okay. Lass gut sein. Hätte mich gewundert, wenn ich die essen könnte. So groß wie die sind. Oh, nein. Nein. Ja. Macht's euch erstmal fertig. Ich hole dann das, was übrig bleibt. Hier, den da zum Beispiel. Komm her, komm her. Bitte, bitte, sei denn nett. Nein. Nein. Scheiße, wollte ich gar nicht. Falsch gedrückt. Komm her, komm her. Die sind voll ekelhaft. Und voll hässlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier mit meinem Punk besser aussehe. Lass meinen Fisch in Ruhe. Das ist meiner. Nein. 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 Den esse ich. Nein. Das ist meiner. Hat er jetzt gegessen? Also, ob der den Fisch gegessen hat, Mann. Ich wollte den doch gerade noch davon abhalten. Dann ist ich halt... Wo ist er hin? Da, dieser Glubscher. Glubscher. Da ist er. Hier, ich hab den dann Leben gerettet. Wo ist er hin? Äh, ja. So dankbar ist er gleich. So, den hab ich. Kann ich wieder was essen? Ich krieg so voll wenig Zeug von denen. Ich muss wohl auch immer doch so ein essen hier. Aber ich... Ich schau dir die an. Die sind voll putschig. Ah, Mann. Hier, Glubscher, komm her. Wow. Ich bin genau deiner Meinung. So. Und auf zur Untersuchung. Lithium, bitte, Lithium, bitte, bitte, bitte. Nein, Blei. Ich glaub, das Ding kriegen. Krieg ich gar kein Blei. Äh, Lithium. Ich glaub, darauf krieg ich gar kein Blei. Höhöhöh. Alter, knapp 1900 Schwachstellen. Ist ja sehr schade. Alter, mein Raumschiff. Raumschiff, meine Basis will mich doch verarschen. Und dann, wenn ich Lithium brauche, dann find ich natürlich keins. Was ist denn Ding? Brauch ich nicht. So, wir sind das dem Thema. Nehme ich mich nicht mit, dass ich... Was ist das? Bitte, bitte. Blei. Riesiger Bleihaufen. Also ja, wie gesagt, das nehm ich nicht mit, weil dann ist mein Inventar voll. Soviel dazu. Hier, kann ich da rein. Nein, kann ich nicht rein. Boah, wie geil das aussieht irgendwie. Die Textur ist jetzt nicht grad die beste, aber... Was ist das? Salz. Man, ich will doch nur Lithium haben. Ach komm, bitte. Sei doch so nett und gib mir Lithium. Bitte spiel. Bitte. Komm ich da rein? Was ist das? Wow. Erstmal fettes Erdbeben. Da unten ist wieder so ein... Port-Dings. Schau ich mal vorbei. Schau ich mal, was heute gibt's. Und Batterie. Wow. Was ist das? Was zur Hölle? Was? Was? Ähm. Nein. Nein. Was? Ähm. Nein. Ja, jetzt bin ich drin. Alter, wie geil. Komm ich da auch dran? Ich glaub, ich komm da dran. Alter. Ja. Was war jetzt? Was sind das für Krabben? Ach, die. Die kenn ich. Die hüpfen mich an und greifen mich an. Da, von denen hab ich schon was gelesen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hier. Da. Ist der eine tot? Nein, der ist nicht tot. Komm her. Alter, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Hier. Fiss ich hier. Da. Idiot. Hier, du auch. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab ihn verloren. Komm her, komm her. Gotcha, bitch. Komm her. Hier. So, bob, bob. Da bist du weg. So. Alter, ob der sie überlebt hat. Bin doch schon zweimal erwischt. Alter, was los mit denen? Nein. Da, wie unhöflich. Man greift Gäste nicht an. Man lässt sie in Frieden. Ich bin froh, dass ich One-Medicids gefunden habe. Komm her, komm her. Hier. Das halte ich von dir. Das halte ich von dir. Das. Und nichts anders. Das. Das. Flutlicht. So viel Flutlicht. Was sind das für Dinge überhaupt? Höhlenkrabbel. Ist doch nicht mal ne Höhle. Mann, such dir deine eigene Höhle. Das ist meins. So. Ach, hier fährt ich das Ding wahrscheinlich gebraucht. Um es auseinanderzutragen. Äh, tragen vor allem. Den. Verdammt, wie heißt das? Hab ich da vorhin noch groß geredet. Hm, wahrscheinlich ist das dasselbe wie in Half-Life. Dieser Gravity Gun. Muss ich eigentlich feuerlischen. Warnung. Schicksalstruktur. Integrität ist niedrig. Tja, da kenne ich noch was. Verdauungsstärke der Lebensform. Es ist aber sehr ermutigend. Die Verdauungsstärke von denen ist sehr gut. Also, Self-Scan. Infiziert. Och nee. Mit was bitte? Wie komme ich jetzt weiter? Komme ich überhaupt weiter? Ich glaube da unten hätte ich lang müssen. Nein. Nein. Ich hoffe jetzt, dass sie mich nicht angreifen können. Komme ich hier überhaupt irgendwo hin? Ich glaube ich hätte echt da auf der anderen Seite weiter müssen. Nein. Ich höre dich doch wieder. Alter. War das gerade Fallschaden oder? Da hinten hätte ich glaube ich echt rein müssen. Naja, gut. Boah, das schaut auch geil aus. Das sieht echt nice aus. Da muss ich jetzt hier ein Foto machen. Muss ich in meinem Album tun. Für meine Erinnerung. Kann ich das eigentlich auch schneiden? Habe ich überhaupt eine Laserkarte dabei? Ähm... Ich hatte doch schon mal einen. Hatte ich keinen? Ich hätte gedacht, ich habe einen. Höh, Schreibtisch. Ja, warum nicht? Komme ich da drauf? Na gut, da komme ich drauf. Aber ich komme nicht rein, oder? Naja. Natürlich komme ich nicht rein. Na gut, dann schwimme ich erstmal wieder zurück. Hoffe, dass ich nicht angegriffen werde von diesem komischen riesigen Ding, das da im Wasser war. Hey. Vielleicht liegt hier unten irgendwas. Muss ich da von unten vielleicht reinflicken? Ach, ich will es nicht riskieren. Ich will jetzt nicht sterben. Boah, 1030. Ein Kilometer. Juhu. Dann mache ich in der nächsten Folge die Seemotte. Da habe ich am liebsten jetzt etwas. Dann mache ich mich nochmal auf die Suche nach Lithium. Äh. Ja doch, auf die Suche nach Lithium. Und dann... Vielleicht kann ich tatsächlich... Meine Basis auch mal richten. Finde ich jetzt nicht so geil. 4% Akku. Wie kann ich da überhaupt die Energie wechseln? Kann ich so machen? Nein, kann ich nicht. Finde ich so? Hä? Kann ich irgendwie... Ja. Hä? Wo war das jetzt? Hä? Doch gerade hier irgendwo... drauf gedrückt und dann... Hä? Gerade eben hatte ich's. So? Nein. Ähm... Da. Ähm... Ein paar habe ich. Auswählen. Ah. So geht das also. Ja, jetzt weiß ich's auch. Mit R für Reload. Ja doch, ergibt's sogar Sinn. Ich bin am Daufehl. Ich bin freilich. Nee. 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 Oder ich lasse einfach gut sein. Ich hab sogar Schatten. Der schaut sogar gar nicht mal so scheiße aus. Soll ich hier Schatten beobachten? Voll geil. Äh. Ich hab halt einfach echt einen Punk. Dieser Schatten. Ich hab halt... Ich hab jetzt nichts gegen Leute mit einem Punk. Aber... Warum? So. Where is it? Titan waren Schmierstoff. Hab ich alles. Schmierstoff vor Ware. Das ist mir alles. Ähm... Schmierstoff war, glaub ich, hier drin. Oder auch nicht. Dann war hier... Wo ist das andere? Eins? Da. Und da unten. Juhu, wie ich mich freue. So. Calorie intake recommend. Hm... Hier, das habe ich noch gebraucht. Dann gehe ich hier wieder raus. Boah, das ist so traurig. Nur wegen dir. Oder dem anderen, der vorhin die Löcher rein gemacht hat. Boah, ich hab keine Ahnung, warum sind da überhaupt Löcher drin? Ich muss gleich wieder was futtern. So, wo... 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 Hier. Schmierstoff brauche ich noch. Wo zur Hölle hatte ich den Schmierstoff hin? Ich hatte den doch. Hab ich den fallen gelassen irgendwo? Hab ich den gerade übersehen? Ich hätte gedacht, ich hab Schmierstoff. Ist der hier? Da, so. Könnten Sie das bitte unterlassen? Ja, Sie. Mit Ihnen. Hier. Hier. Du. Sie, mit Ihnen rede. Ich könnte Ihnen das bitte unterlassen. Finde ich nicht so nett. Danke. Das war jetzt, baue ich das und die Seemotte dann in der nächsten Minute, äh, Minute. Folge, weil ich sehe gerade, dass ich bereits schon bei 20 Minuten bin. Die letzten zwei oder drei Folgen hatten sowieso Überlänge. Inventals voll. Oh Gott. Nein. Egal. Braucht es eh erstmal nicht. Hier. Das nehme ich dann. Platziere ich das noch schnell. Welche Richtung? Diese Richtung hier. Ja, danke. Das habe ich selber gewusst, dass ich das aussetzen muss. So. Boah, wie geil. So, gut. Benutzen. Fahrtfreude. Energiezelle bei Glas. Ach Gott. Ja gut, das mache ich dann in der nächsten Folge. Wie diese Drohnen da rumfliegen. Voll süß. Kann ich diese Dinger hier? Kann ich? Kann ich da drauf? Nein, kann ich nicht. Kann ich aufs Geländer? Kann ich da eigentlich drauf? Scheiße, ich bin durchgesprungen. Ja, okay. Dann wird es vielleicht eher nicht so... Wo ist die Leiter da? Alles gut? Ich schieße einfach mit. Ich mache mir jetzt was Schönes zu knabbern aus dir. Doll ist gepökelt. Was brauche ich dafür? Hier. Salzabwagerung. Hatte ich nicht Salz dabei? Ich hoffe, dass ich Salz gefunden habe. Und jetzt habe ich wahrscheinlich keins mehr, oder? Natürlich habe ich kein Salz mehr. Mann. Sechs Unterschied zwischen gepökelt. Macht lustig hält. Sicher lange. Ne. Ich esse sowieso sofort. Es ist jetzt noch schön. Hoppern. Essen. So. Ich meine, ich bin eh infiziert oder so. Ja, ich kann sterben gehen. Also es sieht echt geil aus. Das ist ein bisschen komisch, dass ich... ...die Wolken immer im Kreis drehen. Aber das habe ich angemacht. Sieht man da. Hier. Scheiße. Das kann ich nicht zeigen, wenn man meinen Cursor nicht sieht. Aber... da, jetzt sieht man es. So ganz leichte Punkte. Das habe ich angemacht. So Linsenverschmutz. Auf jeden Fall, vielen Dank beim Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bla, bla, bla. Das ganze Gelaber. Kennt ihr wahrscheinlich sowieso von anderen YouTubern. Da oben ist ein Gottvogel. Das sind ein paar Vögel. Ich sehe noch die Tüten. Wieso Mülltüten? Oder sowas. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder.